Vorher, auf The Walking Dead. Ah, du schaust den Bäcker an. Mich auch mal interessieren, ob die überlebt hat. Sie hat uns ja nur noch geholfen. Fucker. Nein! Nein! Stopp! Kenny! Kenny! Wenn du dich selbst und sie schaffst, schaffst du die Walkers-Gutse auf dich. Ich kann nicht aus dem von einem. Mal schauen, wie man hier weitergeht. Geh auf! Du musst nicht das sehen. Los geht's! Na, Wecker und Kenny haben es dann durchgezogen. Das ist nicht der Kenny, den ich dort weiß. Ich dachte... Sie hat ihren Arm jetzt verloren. Och, ne krasse Sache. Tatsächlich. das war auch ne krasse Szene. Hm. 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 Und wir sind noch mittendrin tatsächlich eigentlich, ne? wo man denn schön ist. Ohohoho, Alter. Ohohoho, Alter. Overtüre Deluxe. Ab ist halt der Arm. Ja, na. Oh, scheiße. Ohohoho, Alter. Ohohoho, Alter. Overtüre Deluxe. Ab ist halt der Arm. Ja, na. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Du kannst nicht sterben. Ich lasse dich sterben. Ich lasse dich sterben. Du musst dich sterben. Du musst dich sterben. Komm her, Babe. Kenny. Sie ist tot, Mann. Sie ist tot, Mann. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie wurde tot. Ich musste das tun. Wie schreitst du dich, Clementine? Es wird nicht so sein. Kenny. Ich werde wieder nicht verlassen. Ich werde wieder zu sein. Wir werden weg. Wir werden weg. Wir werden weg. Wir werden weg. Oh, ist halt bitter. Aber was? Oh, scheiße. Die andere haben auch noch... Ach, komm. Sie wird wieder zurück, Mann. Du musst weg. Nein. Ach, sch... Ah, was ist das? Uhhh. Was hast du gemacht? Naja, wir haben sie ja löst. Wir haben sie ja löst. Wir müssen halt zu fressen werden. Was? Warum? Warum? Äh? Ich musste das machen. Ich will dich nicht verlieren. Bitte, Kenny. Naja, was? Mann. Ken. Was? Ui. 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 So, wir haben auf jeden Fall bei Kenny verkackt. Ich gehe nach Sarah. Luke. Oh, okay. Oh shit. Oh shit. Jetzt sind doch noch welche von der Gruppe am Start. Oh je. Oh je. los bei einem fall sie episode hält das schon jetzt und ein gemann aber sie hat sollte machen kannst du nicht ich kann nicht gefressen werden das ist doch das ist ein schlimmeres schicksal ok schön langsam durch ich wir bleiben einfach still silence ist gold wer ist das denn oh wecker ist wecker was macht dann genau ein schwätzchen geht doch einfach weiter wir müssen weiter oh bitte lass ja kein fehler sein was zu schaffen ich bleibe ich bleibe ich bleibe bei dir wir müssen die zu verhindern wir müssen irgendwie durch wir finden einen wickel durch Scheiße. Okay. Hätten wir schnell sein müssen? Jetzt wissen wir es. Wir müssen weiter. Die Frage ist halt nur, ob die Bähne da zusammen durchkommen. So. Okay. Also jetzt da schnell durch. Woher läufst du denn hin? We can't clump together like this. It's better if we spread out. You two will be fine. No, you don't understand. Just help us. You guys are fine. Just go. I'll stay close and watch out for Rebecca. Ah, ich hoffe natürlich nicht ein Fehler. Okay, Rebecca, du musst jetzt die Nerven behalten. Sagen wir einfach, was ich tun soll. Just tell me what to do. There. That one looks light enough to carry. Schiebe mal einfach vor, oder was? Okay, also wir benutzen sie sozusagen als Rambock. Nein, die sollten sich nicht umdrehen. Ah, der gute alte Trick. Er hat doch schon Michonne benutzt in der Season. Also, nicht in der Season, sondern in der Serie. Bleib nicht zurück. Ui. Ach, du Scheiße. Ui. Ui. Okay. Nicht anfassen. Okay, sieht erstmal so aus, als wären wir durchgekommen. Hätte jetzt Kennys Freundin nicht getötet. Wäre Kenny vielleicht da geblieben und wäre definitiv tot. So redet mir das jetzt mal schön. Ist aber wirklich krass. Also bei Kenny haben wir verkackt. Das, das, da meint mir nichts vor. Also. So, wir sind jetzt also mit Becca. Oh, so ein Ding. Wahrscheinlich wären wir vielleicht jetzt nicht mit Becca unterwegs gewesen. Dann hätten wir gesagt, okay, wir splitten uns auf. Ich finde es ganz gut. Bist du okay? Ist, ist alles okay? Nein, ich bin nicht okay. Aber ich werde viel besser, als ob wir mit den anderen kommen. Ich muss sicher, dass alle anderen es ausführen. Luke, Sarah, Kenny, die Weltkriege. Wo ihr euch trefft. Nach dieser halsbrecherischen Mission. Wenn sie nicht sind, können wir nichts über das tun. Nicht sogar Dinge wie das. Ja, voll traurig, ich hätte schon sehen. So haben wir uns mit Frau verloren. Oh, wir passen auch miteinander auf. Ja, er kennt hier schon wirklich ein paar harte Schicksalsschläge hinter sich hier. In dieser Spielreihe. Oh, der Kerl. Weiß sie denn, dass er tot ist? Doch. Ja. Das war auch klar. Wenn du das funktionierst, können wir ... ich weiß nicht. Wenn der Plan funktioniert, wir rauskommen. Ja. War oklar. Ich muss aufhören. Sorry, ich will uns nicht aufhören. Könnte ich nur einen Moment haben? Ja. Geh einen Moment. Danke. Alvin sollte hier sein. Ist Alvin... Er ist tot, was er ist. Dank zu diesem verdammten Mann. Ja, Schwanger sein in dieser Situation ist wirklich... Der beschissenste Umstand, den man sich vorstellen kann tatsächlich. Entschuldigung. Es war nichts. Nein. Was bedeutet das? Mit dem was? Mit meinem Baby? Ich schaue mich auf das Schmerz. Auch Clem will nicht sein, dass sich ein Baby selbst nicht. Nicht hier. Ich meine, es braucht Essen. Und, du weißt, andere Sachen. Ja? Und? Und? Ich weiß nicht. Aber wir müssen es probieren. Lern's einfach. Das bedeutet, dass du besser kennst. Hey! Ich habe es gesehen. Als es angefangen hat. Ich und meine Freundin, wir waren... Sie sterben? Ich brauche dich nicht. Du... Du hast nicht... Du hast nicht das Recht. Jane! Scheiße, ich habe es nicht. Scheiße. Sie bedeutet es nicht. Sie bedeutet es nicht. Scheiße. Wir können nicht nur hier sitzen und nichts tun. Ich weiß, ich weiß. Sie werden hier bald sein. Es war so lange. Wir haben angefangen, dass niemand anderes es machen würde. Wie jetzt Kenny? Das ist jetzt eine Frage eigentlich. Und... Er hat schon eine Waffe in der Hand. Er hat schon eine Waffe in der Hand. Nein. Nein, 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 nein! Was? Denkst du, er wird dich schreien? Den Weg, der gerade jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht. Er ist nicht rasch. Ich sollte ihn mit ihm sprechen. Das ist meine Schuld. Hey, du hast getan, was du gedacht hast. Das ist alles, was jeder in der Situation kann. Wir wollten auch nur, dass er nicht leidet. Wer will schon gefressen werden? Also, ich kann mich stellen. Wir hängen lieber eine Axt im Schäden. Woher du bist, bitte vergib mir. Ich kann nicht wieder alleine sein. Hi, Kenny. Du denkst, ich weiß nicht, was ihr alle über da drüben sprengt? Was ist falsch mit Kenny? Warum ist Kenny so gut? Du denkst, dass Kenny okay ist? Das ist alles, dass ich von niemandem höre. Kenny, ich bin sehr entschuldigt von Sarita. Entschuldigt, oder? Das ist gut von dir. Ich sehe, dass das dein Problem war, in der ersten Zeit. Oh, Gott. Naja, das ist dann natürlich klar. Er versucht, sie zu retten. Ja. Ich versuchte, sie zu retten. Du denkst, weil du eine kleine Mädchen, kannst du einfach Menschen töten und niemanden will beantworten. Dass, weil du dich entschuldig bist, wird das alles magisch weggehen? Mann, Kenny. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Nein, das ist nicht so, wie es funktioniert. Sie kriegt jetzt die komplette Wut von ihm ab, ey. Ja, das sollte man auch tun. Ich gehe verrückt, nur hier sitzen und nichts zu tun. Gib mir Zeit, Mike. Es ist noch früh. Clem, wie geht es? Na, was denkt ihr denn? Ihr habt es doch gehört, wie es gelaufen ist. Kenny ist wirklich gemein. Kenny ist wirklich gemein. Clem, du kannst nicht nur erwarten, dass er zurückfließen kann. Der Mann ist wirklich gut. Du kannst ihn aber jetzt nicht einfach da sitzen lassen. Und jetzt so, okay, ertrink mal in deinem Kummer. Oh, wie das funktioniert jetzt noch nicht. Muss man ein Safe Place finden. Wenn die anderen zurückkommen, wissen sie, was zu tun. Luke hat einen Plan. Der Hund Kenny hat einen Plan. Mike, Arnie. Mike hat einen Punkt. Du kannst nicht einfach sitzen und warten. Dinge sind jetzt genug schwierig. Und bald wird ein Baby in deinen Händen, auch. Warte, warte, warte mal heißen, Mark. Luke, Sarah und Nick. Wenn sie Probleme sind, können wir ihnen helfen können. Clementine ist richtig. Nach allem, nach allem. Wenn es keine Chance gibt, sind sie noch lebens. Wir müssen sie nehmen. Alles klar. Clem kann mit mir kommen. Das funktioniert nicht mit der Schwangerin. Das ist dagegen nicht. Danke. Hör, Rebecca. Wenn irgendwas falsch geht hier, hast du etwas, um dich selbst zu schützen? Ich habe das. Du denkst nicht, dass ich... Ich weiß nicht. Aber du hättest es nahe halten. Komm her, Clyde. Komm her, ich werde mit dir aufhören. Warum? Wir können das recht haben, aber warum sind wir hier draußen? Wir sollten trotzdem zurückgehen. Ja. Warum? Warum? Wie schon? Warum? Ich muss dich verraten. Was war denn? Das Gruppe ist zu schrauben. Ich habe es vorher gesehen. Und... ...und... ...machend ist es besser, auf dir selbst zu sein. Naja, so richtig geil ist das auch nicht. Wenn wir allein gewesen wären, wären wir schon tot. Ich weiß, dass du dich überraschst. Du kannst dich nicht zurückgehen. Du kannst dich nicht hier sein, wenn sie sich überraschst. Du wirst dich überraschst. Du wirst dich überraschst. Du wirst dich überraschst. Du wirst dich überraschst. Aber deine Begriffe sind besser. Es gibt niemanden, die du dir zurückkriegen. Und wenn etwas passiert, wird dich überraschst. Es gibt niemanden, um dich zu helfen. Wie viel Hilfe wird Kenny sein? Was er durchfällt? Er ist mehr eine Verpflichtung als alles. Und Rebekka... ...situation... ...ist nicht alles besser nach hinten. Das ist auch schön. Du kriegst genug verraten Menschen zusammen. Und alles, was du kriegst, sind verraten Entscheidungen. Wie kannst du zusammen mit niemandem vertrauen? Das ist genau wie ich zusammen. Für was es ist, ich mag die meisten der Leute in deiner Crew. Aber Gruppen fallen aus. Menschen werden getötet. Dann, warum hast du mich mit dir gebracht? Ich versuche dir nur die Tools, die du brauchst. Wenn du es willst. Wie dein Jacket. Es sieht warm, aber... ... ein Walker? Das wird direkt durch das. Mhm. Meine Schwester, Jamie, hatte eine gute Leitere. Ich wünschte, ich hätte es noch gehabt. Du könntest es. Das war anscheinend ihre kleine Schwester. Ich wollte immer eine Schwester. Versuch mal... ... jetzt nicht mal Wunder rumzupoolen bei ihr. Ja. 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 Wir sollten sie ausprobieren. Aber du wirst sie wissen, warum. Nur weil sie sind. Schau mal. Schau mal. Die Walkers sind eine Verlustung. Die haben Kreditkarte und die alten Pager. Aber diese sind nicht Walkers. Sie waren nicht Walkers. Sie waren Überzeuger. Sie könnten auch sinnvolle Sachen haben. Das ist natürlich wahr. Nur die Früchte. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ah, zwei Patronen. Schön. Nehmen wir mit. Schauen wir mal da. In der Jackentasche. Ein Taschentuch. Wie schön. Schau mal. Schau mal. Danke. Ich wusste nicht, was es war, bevor ich da kam. Aber Kenny war anders. Ich weiß das. Ja. So. Letzte Tasche. Haben wir da noch was? Kreditkarten. Ne, Ausweise. Führerschein. Führerschein. War sie vielleicht die kleine Schwester? Oder war sie die große Schwester? Ich denke, sie war die große Schwester. Weil ansonsten wurde sie wahrscheinlich nicht in so einer Beziehung. Ähm, jetzt so Climmy aufbauen. Na, der sieht schon ein bisschen älter aus, oder? Hier. Gib mir eine Hand. Na denn. Gib mir mal Boost. Kennen wir den? Oh. Okay. Oh. Nein, nicht nur Sarah. Ich weiß nicht, was dir zu erzählen. Alles, was wir wissen, ist, dass sie hier war. Es könnte ein gutes Zeichen sein. Geh nicht, deine Hoffnung zu holen. Schau, Clim. Ich weiß, was du mir sagen willst, aber... Geh weg! Sarah! Gott. Sehr schön. Okay, komm mal. Wir müssen einen Weg finden. Es sieht, wie es da ist. Da ist eine Öffnung, da oben. Okay, Sarah ist anscheinend am Leben. Oh nein. Nein. Oh, sch**. Es ist Nick. Nick Nicky. Schau, er ist deine Freundin. Du musst das machen. Entschuldigung. Ich bin sorry, Nick. Mach's gut. Ach. Echt, jetzt noch nicht mal mit Elenschaft. Ach, komm. Ah, Clemmy. Gib mir die Axt wieder. Gib mir die Axt wieder. Gib mir die Axt wieder. Er ist auch eine Menge Mist in dieser Staffel hier gerade. Schuld. Keine Hesitation. Ja, ich weiß. Du weißt das, oder? Ich weiß. Ich habe das schon vorher gemacht. Das Hachet von dir scheint, dass es ziemlich schnell getrunken wird. Es wird dich getötet. Hier, benutze das. Schraubenzieherchen? Sehr effektiv. Wir können das tun. Ich bin bereit. Die Eis-Picke ist halt wirklich ein bisschen effektiver beim Beenden. Ich bin bereit. Ich weiß, wie du bist. Wir müssen, um einen besseren Blick zu bekommen. Oh. Wie geht's? Du bekommst die nahe, und ich habe die Fenster, um die andere zu bekommen. Geh an. Geh an. Let's do it. Na ja, nicht. So verbieten ist blöd, tatsächlich. Wir sind zu klingen. Du wirst ja eher von oben, aber so verrunden. Jetzt schau dir das. Ich habe eine schöne kleine Addition in deinem Arsenaal. Okay, das will ich. Okay. Tritt in die Kniekehle. Bring deinen Gegner auf deine Ebene runter. So, ne. Dann gehen wir mal rüber. Wieso? Wir könnten die Beete zusammen erledigen. Oh ne, die aber nicht. Wir können sie vielleicht unten ablenken. Oder wegkloppen. So, was haben wir denn? Auto. Hube. Das sieht gut aus. Können wir noch? Genau. Stich zu. Ach. Stirb. Scheusal. Okay. Wie wir es gelernt haben. Und ab ins Genick. Schon ein bisschen große Schwestern mäßig jetzt für uns. Das sind viele Schwestern. Sie sehen etwas über etwas. Und was hat die Mütze? Menschen. Wie kommen wir in? Wir können genug Ruhe auf dieser Seite machen. Wir können mehr die Schwestern über hier. Dann könnten wir einfach nur durch den anderen Trailer gehen und kommen zu deinen Freunden. Was denkst du davon? Ich meine, ich mache es einfach, als ich weitergehe. Ich denke, das ist besser. Ich bin mit dir. Das ist gut. Was wird ihre Atenung nehmen? Okay. Da. Ja. Es sieht ziemlich stark aus. Warum machst du das? Ja. Wirklich? Dagegen Hämmern. Ne, das machen wir nicht. Tatsächlich hoffe ich natürlich, dass wir mal hier... Vielleicht die Scheibe einschlagen können. Oh, er ist wieder offen. Und hupe. Hallo! Echt jetzt? Das hat die nicht interessiert. Wir müssen die ganze Zeit hupen. Da brauchen wir einen Stock oder irgendwas. So, hier. Ja, hm. Ist klar. Müssen wir einen Zündschlüssel anscheinend finden. Ähm. Sonnenblende können wir nicht erreichen. Kommen wir mal wieder zurück. Ne, wir kommen nicht zurück. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus aus dem Auto? Hallo? Wurde gerne wieder raus. Okay. Einfach. Weg gehen. So, ein Stock oder irgendwas brauchen wir. Oder, äh. Einen Zündschlüssel. Was? Vielleicht ist das der Fahrer des Chevrolis. Wir schauen. Na, los. Was denkst du? Wir legen ihn auf die Hupe. So ungefähr, wüsst ihr, dass er tot ist. Mhm. Safe ist safe. Ihn auf die Hupe legen. Können wir probieren? Wollen wir das probieren? Was denkst du? Mit dem Kopf? Mit dem Kopf. Mit dem Kopf. So ne schöne Szene bei Simpsons und mit Darth Garten. Hurra! Pfff! Gib mir die Hand. Oh! 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 Ich finde es schön. Gefällt mir. So Leute. Dann haben wir uns jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause für euch erarbeitet. Und wir müssen jetzt durch den anderen Wohnwagen durch. Komm schon! Wäre auch mal schön gewesen, hätte man vorher geguckt, ob die Tür überhaupt offen ist. Oh, wer bist du? Hinter dir, Clemmy! Komm schon. Komm schon. Oh! Wieso? 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 Ist er rausgefallen oder was? Der lag jetzt aber nicht mehr in dem Auto. Oh! 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 holders open. Los, renn mit dir. Schnell, zack.